Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Momokan 43, Shusans Shippei. Shusuan Oshu hielt vor seinen Schülern sein Shippei hoch und sagte, Ihr Mönche, wenn ihr das einen Stock nennt, dann stellt ihr euch gegen seine Realität. Wenn ihr es keinen Stock nennt, dann leuchtet ihr die Tatsache. Sagt mir, ihr Mönche, wie werdet ihr es nennen? Dieses simple Koan, der Meister hält da seinen Stock hoch und sagt, wenn ihr das einen Stock nennt, dann stellt ihr euch gegen seine Realität. Wieso stellt man sich gegen die Realität von so einem Stock, wenn man zu dem Stock sagt? Das ist doch irgendwie nicht so richtig zu verstehen, oder? Diese Zen-Leute denken sich immer wieder neue kleine Folterungen aus. Und das ist wieder mal eine davon, ja. Dann darfst du das Ding nicht Stock nennen, und wenn du es nicht Stock nennst, ist es auch nicht richtig. Okay, dieser Stock hier, dieser Shippei, den hat mir Roshi geschenkt, 2000. Und als er hier zur Expo kam, sozusagen als Zeichen seiner Nachfolge, hat er mir seinen Shippei geschenkt. Und dieser Shippei, der enthält, auf Chinesisch eingraviert, die Worte, also Roshi sagt das auf Englisch, Oppose the reality, oder do not oppose the reality, ja. Dieses der Realität nicht widersprechen, ja, sich nicht gegen die Wirklichkeit dieses Stockes stellen, indem man ihn Stock nennt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar ist das Wichtige daran, dass wir im Leben ständig unterwegs sind, Teile dieses Universums irgendwie mit Namen zu versehen. Shimon, der hat zum Beispiel in einem anderen Koran die Frage gestellt, oder ein Mönch, fragte Shimon, was ist die Lotusblume, wenn sie noch nicht aus dem Wasser aufgetaucht ist? Ja, sie noch unter Wasser ist, ja. Shimon sagte, die Lotusblume. Und was ist sie, wenn sie aus dem Wasser kommt? Lotusblätter. So, was wird damit bezeichnet? Lotusblume, Lotusblätter. Wieso macht man da einen Unterschied? Ist da überhaupt ein Unterschied? Diese Frage ist immer eine Frage, wenn es um unseren unterscheidenden Geist geht und wir Teile der Wirklichkeit irgendwie durch Benennung unter Umständen abtrennen aus dem Kontext, aus dem die stammen. Deshalb geht es in diesem Koran nicht darum, ob ich das so ein Stock nenne oder nicht Stock nenne, sondern mehr darum, wie ich das Stock nenne oder wie ich es anders nenne. Ja, also Shippe, Shippe, Shippe ist eine Tatsache der Wirklichkeit, ja. Und gleichzeitig ist es das auch nicht. Und wie wir das klar haben, beispielsweise bei Personen. Wir wissen ja, dass der Buddha eine Unzahl von Namen hat. Es gibt ein ganzes Sutra, wo nur die Namen des Buddha drin aufgeführt sind. Ich weiß nicht, wie viele, aber ich sage mal tausend. Tausend unterschiedliche Bezeichnungen für eine Person oder vielleicht für unterschiedliche Aspekte eine und derselben Person. Also die Alten haben sich da große Mühe gegeben und in jeden Namen haben sie Energie reingegeben. Und diese Energie wird dann auch zitiert, wenn jemand beispielsweise den Buddha, den Weltverehrten nennt oder sowas. Da wird da ein bestimmter Aspekt, eine bestimmte Funktion des Buddha mit angesprochen. Das ist nicht nur der historische Siddhartha oder Shakyamuni Buddha oder so, sondern das geht darüber hinaus. Und das macht uns deutlich, dass die Benennung, was immer wir benennen, ob es nun Dinge sind oder ob es Personen sind, dass das eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Und als meine Tochter Miriam geboren wurde, da hatten wir Eltern uns schon einen Namen für sie ausgedacht, ohne sie vorher zu sehen. Und ihre Geburt war ein ziemlich dramatischer Vorgang. Die Mutter hatte vorher schon ein Kind im sechsten Monat tot gebären müssen und infolgedessen war sie traumatisiert in Bezug auf künstliche Wehen. Weil so ein Kind, was im Bauch stirbt, das muss dann zur Welt gebracht werden und das wird dann mit Wehen tropfen. Das ist eine fiesche Angelegenheit. Jedenfalls war die Susanna total in Panik, dass sowas bei Miriams Geburt vielleicht auch der Fall sein könnte. Und infolgedessen haben wir versucht, alles zu tun, damit das nicht passiert. Und wir sind in das Diako ein Krankenhaus in Bremen gegangen und da kannte ich eine Hebamme, die da die Geburten versorgt und so. Und das war zwar völlig überfüllt an dem Abend, als wir da ankamen, aber die hat es ermöglicht, dass wir noch einen Platz kriegten in irgendeineren. Besprechungsraum von den Helfern und Pflegern und diese ganzen Apparaturen, um den Herz und so weiter Frequenz zu messen, von dem nicht geborenen Kind, die wurden da reingeschoben und sie da mit zum Bett. Und sie war an diesen Apparaten dran und das CTG wurde ausgespuckt, so eine Datenrolle. Da werden dann so alle möglichen Daten durchgegeben und die können dann kundig gesehen und einschätzen. Kurz und gut, und die Hebamme sagte, also heute wird das nichts mehr und so. Du kannst wieder gehen. Komm mal morgen früh wieder, dann kommt die Geburt wahrscheinlich wieder in die Gang. Ja, und das CTG sah ganz gut aus und so und dann bin ich also gegangen und am nächsten Morgen bin ich wieder hingekommen und inzwischen hatte das Geburtsteam da gewechselt in einem Krankenhaus. Und das neue Team hat diese CTG-Schreiber ausgelesen und sagte, das Kind hat Stress. Wir müssen sofort die Geburt einleiten. Mit Wehentropf. Also der Katastrophenfall, der gerade nicht sein sollte. Glückliche Umstände führten dazu, dass ich diesen Arzt kannte, der das angeordnet hat. Und ich habe zu ihm gesagt, den habe ich in einer Verkehrssache vertreten, wo der an einem Stück dreimal zu schnell an den verschiedenen Fotoautomaten da vorbeigefahren hat. Und da musste ich mir allerlei ausdenken, um darzulegen, in was für einer inneren Notlage der gewesen ist, dass auf einer längeren Strecke sämtliche Stahnkästen mit 80 oder so was passiert hatte. Kurz und gut. Also wir waren einander vertraut und ich habe zu ihm gesagt, Uli, das ist eine Katastrophe hier mit Wehentropf. Das geht jetzt gar nicht. Und ich bitte dich, ich nehme die Susanna jetzt nochmal mit nach Hause, da entspannt sich, und dann kommt die Geburt wahrscheinlich in Gang und dann komme ich mit ihr zurück ins Krankenhaus. Das sagt, weil ich ja schon an zwei Hausgeburten teilgenommen hatte und so eine gewisse rudimentäre Ahnung hatte, von dem, was da passiert. Jedenfalls sind wir also zu ihren Eltern nach Hause gefahren und haben uns da in die große Badewanne gesetzt und schönes, warmes Wasser. Und dann haben wir Confitemini Domino gesungen, also vertraut dem Herrn und so. Und mit lauter Stimme und siehe da, die Wehen kamen wieder in Gang, ja. Und in der unteren Wohnung hatten wir schon so ein provisorisches Geburtsbett vorbereitet und mit gebügelten Laken und so weiter und eine Schere natürlich und Fäden zum Abbinden. Und dann habe ich nur kurz und gut die Geburt kam so stark im Gange, dass ich mitbekam, dass der Kopf in den Geburtskanal eintrat und ich meinem damaligen Schwiegervater gesagt habe, Fritz, Sattel, die Pferde, wir müssen sofort in die Klinik fahren. Und wir sind in einem Affentempo in die Klinik gefahren. Hätten wahrscheinlich bei entsprechender Registrierung auch mindestens drei solche Automaten bedient. Und ich saß hinten mit der Susanne und sie schrie immer vor Schmerzen. Nein, nein! Und ich habe gesagt, bitte schrei ruhig, aber bitte sag ja, ja! Hat sie auch umgestellt auf ja. Und wir kamen da im Diako an, rannten an der Aufnahme vorbei, da in dem, wir wussten ja, wo der Kreißsaal ist, kamen in den Kreißsaal an. Ein Bett war frei, Susanna drauf, bang! Die erste Presswehe und das Kind war da. Und, ja, und die Ärzte, die ja Stresssymptome festgestellt haben, stellten auch fest, im Fruchtwasser, das war nicht ganz okay. Also, haben sie die kurz untersucht, das Baby, und dann haben sie es mir in die Hand gedrückt. Und sie war sozusagen der erste Mensch, den sie gesehen hat. Und ich habe ihr in die Augen geguckt und sie mir, und diesen Blick werde ich nie vergessen. Eine wahnsinnige Intensität des Schauens, ja. Manchmal sagt man so, äh, im Erwachen, im Zen, du schaust mit den Augen eines neugeborenen Kalbes, ja, also, es war jetzt kein Kalb, sondern ein Baby. Und sie schaute mich an und ich schaute sie an. Und dann habe ich ihr ihren Namen ins Ohr geflüstert. Einer afrikanischen Tradition folgend, wo der Vater nach der Geburt das Kind nimmt auf einen kleinen Spaziergang und ihm dabei den Namen ins Ohr geflüstert. Und das war echtes Benennungs-Samadhi, ja. Also, da war wirklich die ganze Energie da und da habe ich eine Botschafterin des Universums mit einem Namen begrüßt, der auch wirklich gepasst hat. Miriams Name passt wirklich zu ihr. Jahre zuvor war meine Tochter Ruth geboren. Die war zu Hause, ja, Hausgeburt, nicht ganz unproblematisch, aber sie wurde geboren und sie wurde nach der Geburt von ihrer Schwester Anna begrüßt durch einen Biss in die Stirn. und Ruth hat gelächelt. So ein Zeichen der freudigen Verbindung. Aber jetzt wussten wir nicht, wie sollen wir das Kind nennen, weil nämlich meine erste Frau Mechthild, die hatte eine ganz starke Intuition und bei der Geburt von Anna, da wusste sie genau, sie trägt ein Mädchen aus und das war klar, das wird Anna heißen und als Anna geboren wurde, hatte sie sich einen Jungsnamen ausgedacht, weil nämlich sie ganz hundertprozentig sicher war, dass sie einen Jungen und bei der Zerfüllte sich alles ganz anders an und schon während der Schwangerschaft sagt sie mir, das Kind verhält sich ganz anders wie Anna, das muss ein Junge sein. so und was kommt da zum Vorschein? Ein süßes kleines Mädchen mit so kleinen kochlöffelartigen Beinchen und strahlt und so und wir hatten keinen Namen. Jetzt ging's los. Also gleich mal in die Politkiste gebührt. Clara Zetkin dass man da so mit ins Spiel bringen könnte. Also erst mal wurde sie mit Clara angesprochen. Da haben die gesagt, nee, Klaas klingt irgendwie so hart und so, nee, denn doch lieber Rosa Luchsmusch. Also dann Rosa und immer ging die Nachrichten an die Verwandten. Die kleine Clara ist da, die kleine Rosa ist da, die kleine Magdalena ist da, die kleine Lena ist da. Ey, Verwandten waren schon ganz konfus. Ja, ist es so. Was habt ihr denn da für ein Kind bekommen? Und zum Glück bei Hausgeburten muss man ja den Namen nicht sofort festlegen. Man hat eine Woche Zeit. In Deutschland ist es toll. Es gibt da auch mal so Flexibilitäten bei den Ämtern. Also eine Woche hatten wir Zeit. sie zu benennen und also alle diese Namen schienen uns irgendwie unpassend. Und dann haben wir irgendwann so gemeinsam ins Gesicht geguckt und sagten wie aus einem Munde Ruth und so heißt sie auch. Und die ist total einverstanden mit ihrem Namen und hat nicht geduldet dass wir sie anders nennen also Ruthchen und alle diese Kurse Bezeichnungen und so hat sie nicht angenommen sondern nur Ruth und ich finde der Name passt hundertprozentig zu ihr also nicht nur wenn man das Buch Ruth liest in der Bibel findet man da parallel sie 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 ist einfach so fein feines sensibles und gleichzeitig etwas strenges Wesen Brot das passt hier von an und ich möchte damit nur sagen das benennen von Kindern oder so da machen sich ja die Eltern alle möglichen Gedanken manchmal hat man den Eindruck bestimmte Namen geistern so als Feld durch bestimmte Geburtsjahrgänge die berühmten Chantalis und Kevins und so weiter will ich jetzt hier mal nicht weiter vertiefen in unserer Tradition wird ja dann auch ein Taufest veranstaltet und der Segen Gottes wird erbeten für das Kind und so und wenn es gesundheitlich anfällig ist dann wird es manchmal notgetauft damit es noch eine Chance hat ins Paradies zu kommen weil Ungetaufte kommen ja nicht also hat schon eine große Bedeutung ja also so eine Benennung und als wir diese Siedlung da dieses Militärgelände alter Name Helena Lager übernommen haben da war ja wohl klar dass das nicht Helena Lager heißt sondern irgendwie anders und Christian Benzin der ja mit seiner Familie die Siedlung gekauft hatte der hatte dann gesagt Wohnpark Steierberg Wohnpark also absolut unpassend dann ließ er sich erweichen zu Wohngarten Steierberg ich warum Wohngarten wir wollen doch da das füllen mit Leben wie wäre es denn mit Lebensgarten Lebensgarten und dann lauter Leute davon hörten ach jetzt wird es bei euch metaphysisch und so der Labgarten also der Name Lebensgarten der der stieß erstmal auf einen gewissen Widerstand aber für mich war das wichtig Garten also etwas was man pflegt und Leben was man übt zu leben das in den Namen rein zu tun und das war ja klar dass da nicht diese alten abgewrackten Gebäude mit gemeint waren sondern Lebensgarten das war die Gemeinschaft die da Heimat finden sollte und die gab es noch gar nicht wie damals als der Roshi kam da gab es nur wie er sagte ein Geisterdorf niemand da und Lebensgarten und ich finde der Name der hat was Prägendes der gibt eine Richtung vor eine Entwicklungsrichtung gerade wenn etwas neu ist und genauso der Roshi wie wir diesen Dachboden da gefunden haben der genauso ein lebloses altes Engländer Archiv war wo noch alte Akten rumflogen und so ein paar Vögel Rotkirchen Rotschwänzchen nämlich drin rumkreisten wo er den Namensvorschlag gemacht hat Chouka Zenkutsu Vogelnest Sitzhalle nicht nur weil da die Rotschwänzchen drin rum flogen sondern auch wegen der umstehenden Kiefern und weil er an den berühmten chinesischen Meister Chouka gedacht hat Chouka der in der Kiefer Astgabel saß und meditiert hat Tag und Nacht den Bezug stellt er her zu diesem traditionellen Meditationssitz eine Astgabel in der Kiefer und ja Vogelnest Sitzhalle Chouka Sendoh so hieß dann schließlich unser Meditationsraum da oben und es war noch niemand da niemand der das mit Leben ausfüllen konnte der Roshi hat dann den Namen noch kalligrafiert hängt 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 immer noch in der Chouka Sendoh und hat dann noch die Geschichte erzählt von dem Zenmeister Chouka und später im Jahr 2001 haben wir eine Reise nach China gemacht wo wir an das Grab von Hakuraku Ten gegangen sind Hakuraku Ten war der Gouverneur der diesen Zenmeister Chouka da in der Astgabel besucht hat und zudem gesagt hat hör mal ist es nicht hier gefährlich da Tag und Nacht da in so einer Astgabel zu sitzen und der sagte nur weißt du gemessen an der Gefahr die deinen Posten in der Politik mit sich bringt ist das hier echt ein Chillplatz und da hat sich der Hakuraku Ten verneicht und hat dann weiter gefragt naja also dann kannst du mir auch sagen was so die Wahrheit des Buddhismus ist für dich und dann hat er gesagt ja kann ich dir sagen tue heilsames meide unheilsames und erwecke den Geist des Mitgefühls in deinem Herzen und dann hat der Hakuraku Ten gesagt naja das hätte mir jedes dreijährige Kind in China sagen können ja sagt der Joker jedes dreijährige Kind hätte das sagen können aber ich mit meinen 80 Jahren muss noch jeden Tag aufs Neue üben und dann ist Hakuraku Ten ein Schüler geworden also ich sage das weil das mitschwingt bei unser Joker Sangha immerhin heißen wir ja auch Joker Sangha im Internet und viele die das anklicken wissen überhaupt nicht warum wir so heißen auf der Volksbank heißen wir immer Joker Sangha mit der Joker Sangha geht es doch ganz gut mit dem Kredit und so weiter brauchen wir uns keinen Sorgen hat der Leiter der Filiale da öfter mal zu mir gesagt ja Schoko Sangha alles okay ist ein bisschen andere Richtung Schoko Sangha also ja auch eine nette Bezeichnung aber benannt und uns auch überlegt wie nennen wir den und wir sind dazu bekommen diesem Tempel den Osho Namen von Oisada und Roshi zu geben Togen Togen ja verborgene Pfirsichblüte die Pfirsichblüten sind hier wirklich verborgen auf dem Gelände da hinten da bei dem Parkplatz da sehe ich da im Frühjahr immer noch mal so ein paar Pfirsichblüten ja und die verborgene Pfirsichblüte hat auch in der Koan Literatur natürlich eine große Bedeutung nämlich Reun Kento To ja Reun Kento erlangte Erwachen durch den Blick in eine verborgene Pfirsichblüte das ist eine ganz kleine Blüte diese Pfirsichblüten die das die kann man leicht übersehen kleine rosa Dinger da hat er reingeschaut und was hat er gesehen in dieser kleinen Blüte das gesamte Universum ging ihm durch Mark und Bein er hat ein schönes Gedicht geschrieben das will ich jetzt hier nicht nochmal zitieren ich will nur sagen diesen Bezug haben wir durch diesen Namen hergestellt das heißt Namen stellen Bezüge her sind nicht nur leere Begriffe sondern Begriffe die mit Anschauung geführt visionären Zielen oder so etwas also das ist etwas was die Namensgebung begleitet und deshalb sind auch Namen die eine Wertung enthalten die nicht förderlich ist zu verletzen ja in der gewaltfreien Kommunikation da kennen wir verschiedene Formen der subtilen Gewalt Anwendung und eine subtile Form der Gewalt ist Menschen zu etikettieren ich habe zwei Schwiegersöhne mit Migrationshintergrund also so Kästchen da aufmachen wo man seine Mitbürger rein tun kann das ist eine Form der Gewalt auch wenn wir einen Menschen nicht als Menschen sehen in seiner Einzigartigkeit sondern Mutter oder Vater oder so und dann damit eine Schublade verbinden dann ist das eine subtile Form der Gewalt und und wir versuchen bei der Benennung diese Art von subtiler Gewalt Anwendung zu vermeiden deshalb Deshalb muss man sich auch genau überlegen welche Spitznamen man seinen Kindern gibt oder welche Spitznamen man von seinen Kindern bekommt also meine Zwillinge die haben gehört wie meine Enkelin Mai ihren Vater kroatisch Tata nennt Tata Tata und natürlich Valentin auch Tata und das hat ihm gefallen besser als Papa Tata das klang irgendwie so locker und daraus haben sie gemacht Tazzi also zu Hause heiße ich Tazzi ja hier heiße ich ja immerhin noch Reho zu Hause Tazzi und da wir zu Hause alle so Namenstassen an der Wand haben habe ich natürlich auch eine Tasse wo drauf steht Tazzi damit die auch für mich mal reserviert ist also ich liebe das inzwischen wenn meine kleinen Zwillinge die jetzt schon groß sind so zärtlich zu mir kommen und sagen Tazzi lein wie geht es dir ist so schön ja es geht mir echt voll rein also da finde ich haben sie echtes Benennungs Samadhi gehabt als sie diesen Namen gefunden haben ja also wir haben auch in der technischen Welt die katalogartige Benennung von Ausschnitten der Wirklichkeit ja also ich weiß nicht wer hier sich einigermaßen auskennt aber ich nenne da mal irgendwas bekannteres mit seinem wissenschaftlichen Namen NGC 292 wisst ihr was das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Universums benachbarte kleine Galaxie kennt ihr nicht ich da manchmal abgekürzt mit KMW kleine Magellansche Wolke also in dieser Richtung ist man umzingelt von lauter von lauter solchen wissenschaftlichen Katalognamen der Sterne am Himmel ich finde da fehlt das Herz aber die Wissenschaftler sind begeistert wenn sie da reingucken dann stellen die da irgendwelche Ereignisse fest und dann können sie die zuordnen am Himmel also den Andromedanebel zum Beispiel das finde ich schön dass der Andromeda heißt jedes Mal wenn ich da sage Andromedanebel oder Andromeda da oben dann denke ich Mensch kaum zu sehen am Himmel und doch mindestens genauso groß wie unsere Milchstraße das Schwesterschiff am Himmel da oben kommt langsam auf uns zu und so also Namen können viel Gefühle in uns auch hoch wecken und unseren persönlichen Bezug herstellen weil ich zum Beispiel benenne gerne die Planeten richtig wenn es geht und freue mich wenn die am Himmel stehen ja und der wichtige ein wichtiger Aspekt der Benennung ist ja die Wiedererkennbarkeit auch durch alle andere dass man weiß wovon man spricht also ich begrüße die Gestirne und zwar die die ich benennen kann genauso wie die ich nicht benennen kann von denen verneige ich mich morgens auf dem Weg zur Sendung wenn ich die sehen kann und das ist ja etwas besonders Schönes hier in Steierberg dass wir die Sterne in den Herbst- und Winternächten so klar hier sehen können es ist keine Lichtverschmutzung am Himmel sondern der Himmel ist schwarz und die Sterne funkeln und da freut man sich wenn man einige wieder erkennt von den vielen also das Benennen ist eine wichtige Handlung die wir tun und wobei es wichtig ist dass wir ins Benennen Samadhi gehen dabei das heißt dass wir uns klar sind das was wir benennen das ist nur ein das was wir dem zugeben ist ein Name aber was wir benennen das ist ein großes Ganzes von dem wir einfach ein Teilstück uns raussuchen und dem einen Namen geben aber immer gehört es zu diesem ganz großen diesem ganz riesigen Universum dem wir entsprungen sind und der Buddha hat auf diesen Sachverhalt nochmal aufmerksam gemacht im Diamantsutra wo er sagt die Welt ist nicht die Welt darum nennen wir sie die Welt der Schippe ist nicht der Schippe darum nennen wir ihn Schippe Heil Zen der Podcast ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn zu haben die Welt mit dem Schippe Schippe den Schippe zu Untertitelung des ZDF, 2020